Es ist wieder Seven vs. Wild Zeit und wie ich ja schon mal erzählt habe, habe ich letztes Jahr mit meiner Mutter angefangen, das Ganze zu gucken. Meine Mutter ist ein riesen Survival-Fan geworden dadurch. Und es gibt auf dem Seven vs. Wild Kanal vier Videos aktuell, die ich mir jetzt mit dir angucken möchte. Es geht los mit den Teilnehmenden von Staffel 4. So, los geht's. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute geht's wieder um das Thema Seven vs. Wild. Ich habe ein paar brisante Updates für euch, vorher wichtige Info. Das Ganze findet ihr hier auf YouTube auf dem Seven vs. Wild Kanal statt. Ab Herbst diesen Jahres geht's los und zusätzlich bei unserem Partner Amazon Freebie und Prime. Auch in diesem Jahr machen wir, was die Teilnehmer angeht, wieder mal alles anders, beziehungsweise eigentlich so wie schon in Staffel 1. Und zwar gibt es keine Nominierung, sondern... Das ist schon mal ganz gut. Ich freue mich darauf eigentlich auch. Ähm, wie gesagt, also ich fand die ersten drei Staffeln richtig gut. Wir haben ja letztes Jahr alle... Äh, letztes? Und Anfang des Jahres alle durchgeguckt. Überwiegend Anfang des Jahres, weil... Nein, Anfang des Jahres gar nicht wahr. Ich habe letztes Jahr die dritte Staffel alleine geguckt und Anfang des Jahres mit meiner Mutter zusammengeguckt. So rum. Jetzt. Und sie freut sich wie Bolle drauf. Ähm, Herbst ist ihr übrigens nicht genug als Ansage, wann das rauskommt. Sie braucht ein Datum. Loll. Die Frau ist krank. Die braucht ein Datum. Die Teil... Also das ist jetzt nicht böse gemeint, die Frau ist krank. Nein, nein, die... Sie hat... Ne? Ich rede schon von Krankheiten. Sie braucht ein Datum. Die Teilnehmer, die ihr in diesem Video erfahrt, sind mit dabei bei der vierten Staffel. Ich weiß, das Geschrei wird jetzt groß sein. Wir haben wieder was verändert. Es wird einige von euch natürlich schockieren. Es wird sehr, sehr sauer sein. Aber wir haben uns natürlich, wie bei allen Entscheidungen, wieder was dabei gedacht. Und wir haben uns... Ich habe übrigens, ich weiß nur von vier Teilnehmern bis jetzt. Weil ich versucht habe, mich komplett rauszuhalten zu spoilern. Also falls du die Teilnehmer schon weißt, wunderbar, bleib aber dran. Ich habe jetzt die letzten zwei Jahre gemacht mit der öffentlichen Nominierung. Das war irgendwie cool, das war auch spaßig. Aber es ist jetzt so ein Punkt erreicht, wo wir das ein bisschen, finde ich, überreizt haben. Es gab einige Leute, die das dann auch nachgemacht haben, wo gesagt haben, komm, wir wollen es wieder ein bisschen back to the roots haben. Von daher, wir haben uns zusammengesetzt, haben lange überlegt und haben einen, finde ich persönlich, sehr, sehr coolen Cast zusammengestellt. Und ich würde sagen, damit fangen wir an mit Teilnehmer Nummer 1. Na, da bin ich ja jetzt aber mal wirklich gespannt. Vier Stück weiß ich, drei fehlen mir also damit. Er kennt die Geheimnisse der Natur wie kein anderer. Sein jahrelang erarbeitetes Wissen über die Pflanzen- und Tierwelt lässt ihn selbst in den härtesten Situationen gelassen bleiben. Er ist Biologe, Autor zahlreicher Bücher und Abenteurer durch und durch. Oh Gott, erst mal fett durch die Wüste marschieren. Ihn ist die Wildnis ein vertrauter Verbündeter. Aber wird ihm all das auch bei Seven vs. Wild helfen? Er ist der erste Teilnehmer für Staffel 4. Herzlich willkommen, Joe Vogel. Okay, das ist Joe Vogel. Ich habe keine Ahnung, wer er ist. Ich habe aber auch von Survival absolut null Plan. Aber ja, wie gesagt, wir haben damit angefangen. Wir ziehen es durch. Und ich bin gespannt, ob Joe Vogel da seine... Garantiert kann er das durch. Obwohl, es sind schon Survival-Experten da in Seven vs. Wild aus Versehen gescheitert. Falsches Wetter, falscher Platz und so weiter. Oder natürlich auch Krankheiten. Das ist auch schon passiert. Staffel 3, man sieht es, da kann alles passieren. Joe Vogel. Extreme Survival-Legende durch und durch. Mr. Wikipedia, wenn es ums Überleben geht. 19 Bücher geschrieben, weltweit unterwegs gewesen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich persönlich freue mich sehr, dass er mit dabei ist. Er bringt natürlich absolutes Skillset mit in dieses Format. Wir sind alle gespannt, wie er sich schlagen wird. Ihr sicherlich auch. Schreibt generell zu allen Teilnehmern, die in dem Video von uns announced werden, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, vielleicht auch ein bisschen eure Einschätzung. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Nummer zwei. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Also übrigens, Joe Vogel wusste ich nicht mehr, dass der dabei ist. Eigentlich hatte sie gar nicht vor, Content-Creatorin zu werden. Aber ihr markantes Lachen und ihre Selbstironie machten sie schnell beliebt. Hey Leute. Könntet ihr auch, dass meine Nase von unten aussieht wie Darth Raiders Gesicht? Oh Mann, Leute. Sie übertreibt gerne mal ein bisschen und spricht das aus, was sie denkt. Wird ihr Humor und ihre Entschlossenheit helfen, die Herausforderungen der Wildnis zu bezwingen? Wir sind gespannt. Viel Spaß, Sandra. Ja, also Selfie Sandra kenne ich halt auch nur von TikTok und von ihrem Podcast. Ja, das ist schon, das ist einfach so eine Sache. Also bei ihr denke ich mir so, wenn sie was nicht gebacken bekommt, vermute ich, wird sie das Wett machen mit ihrem Lachen und mit einfach irgendwelchem Kram. Die wird sich da sowas von durchschlagen, die Frau. Ich setze meinen Poppes auf sie. Ihr merkt schon, absolutes Kontrastprogramm auch hier wieder in Staffel 4. Sandra ist mit dabei. Komplette Gegenteil zu Joe Vogel ist absolute Powerfrau, sympathisch, lustig und vielleicht auch von dem einen oder anderen stark unterschätzt. Wir wissen es noch nicht. Knossi zum Beispiel auch in den letzten Staffeln, gerade in der Staffel 2. Knossi ist für mich auch so ein Beispiel von Mensch, den ich vorher überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Und auf einmal durch Seven Wons Wild, ich habe mir gedacht, hab meine Fresse, das ist ja auch echt ein krasser Dude. Also ja, wie du gerade gemerkt hast, meine Kamera war leer. Zwei haben viele gesagt, das wird gar nichts. Wir werden sehen, wie Sandra sich schlägt, ob sie durchzieht, was passieren wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf sie und wir machen weiter mit. Ich glaube, Sandra wird bis zum Schluss durchziehen und wird einfach lachen über die Kritiker. Wie letztes Jahr Papa Platte und Reese. Die haben ja auch extremst quasi über ihre Kritiker gelacht. Und die haben ja dieses Jahr, stecken sie ja schon wieder ein mit der ganzen Kritik. Also Leute sind da extremst fettfeindlich, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil erstmal in die Nase fassen, in die eigene Nase fassen. Aber gut, ich hoffe halt, dass auch für einige die Strafe auf dem Fuß folgt, also beziehungsweise das Karma zuschlägt. Nummer drei. Okay, Nummer drei. Wer ist das wohl? Oh nein. Er ist Musiker, Extremsportler, Überlebenskünstler. Ja. Kaum ein Mensch hat mehr Ehrgeiz als er. Iron Man, Südpol-Expedition, Seven vs. Wild. Für diesen Mann ist nichts zu schwierig. Bereits in der letzten Staffel hat er gezeigt, wie leicht es ist, 14 Tage in der Natur zu überleben. Und er wurde zum absoluten Fan-Bugling. Au! Nun will er es ein weiteres Mal allen beweisen. Willkommen zurück, Joey Kelly. So, Joey Kelly, dazu muss ich was sagen. Zu Joey Kelly. Also erstens, ich finde es mega cool, dass er das nochmal macht. Zweitens, die Villa, die er in der letzten Staffel gebaut hat, enorm geil. Mich würde ja mal interessieren, ob das Ding noch steht. Ne? Also, nur mal so. Nur mal so, falls da jemand hinfahren möchte. Joey Kelly hat mit der Folge, also in den Folgen, wo sein Partner noch dabei war, war er sympathisch, weil er verständnisvoll war. Und dann ging das ja weiter. Dann gab es ja diese Special-Folge, dann kamen immer mehr Sachen raus. Dann hatte er ja irgendwie so kleine Auftritte, Fernsehen und, war es Podcast? Ich glaube, oder war es ein Interview mit, auf jeden Fall war da Knossi dabei. Das habe ich nicht so ganz. Und dann hat er halt so kleine Stückchen erzählt. Dieser Mensch war in diesen Interviews, sage ich mal, so unfassbar sympathisch. Ich habe das noch nie erlebt. Und dann in dieser Special-Folge, falls du Seven vs. Wilde nicht gucken möchtest, aber diese Special-Folge gucken möchtest, guck sie dir an. Die gibt es nur auf YouTube. Die ist so unfassbar krass, weil du merkst plötzlich, der Joey Kelly, den du sonst kennst, der so ein bisschen wortkarg ist, der ja eigentlich voll fokussiert ist auf alles andere, eine ganz andere Person war. Eine ganz andere Person. Meine Mutter und ich haben gesagt so, oh geil, wie ist der denn bitte drauf, der Dude? Wie cool ist diese Sau? Also positiv gemeint, ne? Also wir waren so geflasht von Joey Kelly. Wir hätten uns den noch tagelang angucken können. Also noch länger angucken können. Also damit muss ich sagen, das macht für mich die Staffel, die vierte Staffel noch interessanter. Ich weiß, dass da noch, also das ist jetzt Nummer zwei, bei der ich ahnte, dass er kommt, aber nicht wusste, dass es auch passiert. Da gab es ja so ein, da gab es ja so ein Foto-Fail. What the fuck? Joey Kelly, absolutes Mindset-Monster, ist wieder mit dabei. Wir haben es in Staffel 3 schon gesehen. Heftige Bauprojekte am Start. Er ist in seinem ganz, ganz eigenen Tunnel, aber trotzdem ein sehr liebenswerter und empathischer Mensch. Ich bin gespannt, was er in dieser Staffel zaubern wird. Ich muss Fritz dazu stimmen, also alles, was er gerade aufgezählt hat, komplett da. Und wir haben uns ja gefragt, ob diese Villa demnächst, also das, egal wer da einzieht, welcher Wolf, welcher Bär, was auch immer. Hey, der hat ne Joey Kelly Villa. Seine Mission ist, ob er durchzieht, ich glaube, das steht außer Frage. Seine Mission ist, ein bessere Villa bauen. Aber wir wissen es natürlich noch nicht. Ich habe Bock drauf. Ich habe Bock, wieder Joey zu sehen. Ich hoffe, ihr auch und wir machen weiter mit Nummer vier. Bekannt geworden ist er durch Spiele wie Minecraft und Fortnite. Mittlerweile zählt er zu den erfolgreichsten Streamern Deutschlands. Was geht ab, YouTube? Oh, du bist ein P... Bei einer No-Food-Challenge hat er es bereits mal fünf Tage ohne Essen geschafft. Papa! Papa! Zuhause ist normalerweise sein Livestream. Mit gerade mal 21 Jahren wird er zum jüngsten Teilnehmer bei Seven vs. Wild jemals. Ob... Da war weg. Ob die Wildnis für ihn auch nur ein Spiel ist? Viel Spaß! Let's Hugo! Okay, bei Hugo weiß man, der ist ja ein großer Fan. Ich... Also von Seven vs. Wild. Ich muss aber jetzt gestehen, ich habe mich mit Hugo noch nie beschäftigt. Also ich weiß, wie gesagt, aus gewissen Dingen, die man dann so ja mitbekommt, wenn man so, ne, sich so ein bisschen umhört. Er ist großartig, dass ich mir von Seven vs. Wild Fan war extremst happy, als er sich verabschiedet hat. Also das habe ich auch gesehen, so als er aus seinem Stream gegangen ist und gesagt hat, so, ja, ist da ein paar Wochen nicht da. Der war so happy. Man hat es regelrecht gesehen und gefühlt. Also der hat sich da richtig drauf gefreut. Und ich glaube, also Hugo, bei Hugo weiß ich jetzt gar nicht, der hatte ein Hirnaneurysma, wenn ich mich nicht täusche, oder zwei bereits in seinem Leben. Ich weiß es nicht. Nagel mich hier nicht fest, wenn du das mehr weißt, weil du ein Hugo-Fan bist, kannst es mir gerne, kannst mich gerne korrigieren in dem Fall. Wenn ihm krankheitstechnisch nichts, äh, nichts passiert, also nichts kommt, dann zieht der durch. Der wird das durchziehen. Der wird das Projekt komplett durchziehen. Da hat der Bock drauf. Wir machen weiter mit dem Kontrastprogramm. Ihr habt es gerade schon gesehen, Hugo ist mit am Start. Ist ein Streamer, er ist noch relativ jung und an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas naiv und manchmal lost. Hat, ja, ich würde sagen, keinerlei Autoerfahrung. Ist aber ein sehr witziger Typ und ich bin natürlich auch hier sehr gespannt, wie er sich dort draußen in der Wildnis schlagen wird. Wir machen weiter mit Nummer 5. Okay, der ist Nummer 5. Wer könnte das sein? Jeder, der ihn kennt, weiß, was er drauf hat. Der ehemalige Soldat und Extremsportler stellt sich der Wildnis mit einer Leidenschaft, die seinesgleichen sucht. Als Survival- und Bushcraft-Experte sollte er bestens auf die Überraschungen der Natur vorbereitet sein. Alter Scheiße, ich stehe hier fast im Spagat. Für ihn ist die Wildnis nicht nur ein Ort, sie ist sein Zuhause. Herzlich willkommen, Stefan von Survival-Deutschland. Ja, interessant. Kenne ich jetzt auch nicht. Wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass er dabei ist dann. Wie gesagt, ich bin ja keine, ich bin nicht in der Survival-Bubble unterwegs. Aber, ne, ich liebe es, Survival-Deutschland zu gucken. So, dazu kann ich nachher vielleicht nochmal erzählen, dass ich das am Anfang überhaupt nicht sehen wollte und mich gar nicht gejuckt hat, dass mir Leute erzählt haben, du musst dir mal mal angucken. Und ich so, nein, interessiert mich nicht. So, zack, Staffel 3 hat mich angesteckt. Egal. Auf jeden Fall bin ich da gespannt, aber auch hier kann ich nur sagen, ja, er mag ein Experte sein, aber sobald der Körper ins Spiel kommt. Was ist besser als ein Survival-Experte? Richtig, zwei. Und damit kommen wir zu Stefan vom Kanal Survival-Deutschland. Mit Joe bildet er zusammen die Speerspitze, wenn es ums Thema Überleben geht. Er ist ehemaliger Profisportler, Scharfschütze und Weltrekordhalter im Feuerborn. Ich bin gespannt, was wir alles... Warte, warte, hat er gerade gesagt Weltrekordhalter im Feuerborn? Ich erinnere mich so an diese Versuche da vom Feuerborn, von Fritz. Ja. Ich glaube, er wird kein Rekordhalter. Sorry, Fritz, dass ich dir das sagen muss. Aber, ja, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, er macht das auch mal während der Staffel, weil das muss ich sehen. Schönes erwarten können und wir machen weiter mit der Nummer 6. Okay. Hier kommt ein wahres YouTube-Urgestein. Moin, meine lieben Butzer. Was geht? Ich bin euer Flying Uwe. Moinsen. Kampf-Sportler, Unternehmer, Fitness-Legende. Für ihn ist Kraft und Stärke nicht nur etwas Physisches, sondern auch Kopfsache. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, die Postboten drehen jetzt durch. Nein, oh Gott, oh Gott. Okay, nein, ich habe nichts gesagt. So, ich habe noch nie im Kopf gehabt, so, ich gebe jetzt alles auf. Niemals. Er ist der Sohn Hamburgs. Willkommen, Flying Uwe. Ähm, ja, also wenn ihr euch so in diese Trash-Bubble begeben wollt, mal so ein bisschen mit Trash-Geschichten zu tun haben wollt, da könnt ihr auch was über Flying Uwe finden, was ich, ich habe es mir mal angeguckt. Also ich muss gestehen, diese ganzen Geschichten, die jetzt gerade so rumlaufen. Ähm, Leute, es gibt so viel Beef und Krams und Gedöns. Äh, Wahnsinn. Aber, ja, auch Flying Uwe hat da sein Fett wegbekommen im Moment. Ich habe von ihm tatsächlich gewusst, dass er dabei ist, kenne aber seinen Kanal nicht oder seine Kanäle nicht. Äh, bin aber in dem Fall sehr gespannt, weil wir wissen ja von Sascha aus Staffel 3 und 2, dass aufgrund der Fitness-Geschichte viele Leute so sagen, so, äh, Fitness-Influencer können doch nicht. Und die haben, ne, so, äh, Sascha hat da auch schon ziemlich überrascht. Flying Uwe, Selfmade-Multimillionär, Unternehmer, Fitness-Ikone, Kampfsportler durch und durch und einfach ein cooler, positiver Typ. Trägt das Herz auf der Zunge, ein Hamburger Original und ich bin sehr gespannt, natürlich auch wie er sich schlägt. Und wir machen weiter mit dem großen Finale der Nummer 7. Und wie du jetzt schon gemerkt hast, Sekunde, wo ist Fritz? Was soll das? Was soll das? Ne, Obacht? Ach du Scheiße. Das ist immer noch nicht Fritz, denn Fritz macht dieses Jahr nicht mit. Und dazu gibt es tatsächlich nachher auch noch ein Video. Also mal gucken, wie viel wir jetzt schaffen, ob wir ein Teil machen oder zwei Teile daraus. Ich glaube, wir machen zwei Teile daraus, ist besser für das Ganze, falls du nämlich Seven Wars Wild nicht folgst und so und möchtest aber trotzdem mal kurz reinschnuppern. Ja, ähm, Julia Beautix, wir kennen sie nicht alle aus den Videos von Jo. Egal. Hallo Leute und herzlich Willkommen. Sie ist das Gesicht, das Millionen kennen. Mhm. Seit über zehn Jahren unterhält sie YouTube Deutschland. Ah, fuck, ist der Linksverkehr. Okay, los geht's. Neben Content Creatorin versucht sie sich auch als Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin. Ja, das mit dem Versuch würde ich jetzt mal nicht so sagen. Sie ist schon eine Schauspielerin. Also sie hat ja da schon so einiges Dings, ne? So einiges an Erfolg. In der digitalen Welt ist sie eine richtige Allrounderin. Aber wird ihr das auch in der Wildnis weiterhelfen? Herzlich willkommen, Julia. So, meine Einschätzung zu Julia, willst du hören, oder? Genau deswegen, ja, Julia wird sich da durchbeißen, come on. Die hat, der ist das egal. Die, die dreht mit Julia in Bam-Videos. Was willst du machen? Die muss sich durchsetzen, die Frau. Die, sie ist, ich glaube generell, sie, da sie sich ihr Leben lang durchsetzen musste bis jetzt. Irgendwie war so ein süßes kleines Mäuschen. Obwohl, nein, außer Julia und Rizzo, die stellen sie ja nicht her. Die haben ja ihren Spaß mit ihr. Ich glaube, dass Julia, wie gesagt, also wir gehen mal davon aus, dass ihr Körper komplett mitspielt, sie keine Krankheiten bekommt oder was auch immer oder sich irgendwo verletzt. Davon gehen wir mal eben aus. Ich glaube, die beißt sich komplett die Tage durch. Alle Tage wird Julia mitmachen. Und ich habe so großes Vertrauen in sie. Ich wüsste bis jetzt nicht, wer fliegt als erstes raus oder was auch immer. Julia ist auch mit dabei. Sie ist Schauspielerin und YouTuberin und auch schon seit vielen Jahren in der Szene vertreten. Kennen sicherlich viele von euch. Sie ist eine absolute Powerfrau, super sympathisch und ehrgeizig. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, um bei Seven vs. White erfolgreich zu sein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch die Teilnehmer gefallen. Seid dabei natürlich lieb und nett. Ganz, ganz wichtig. Ihr könnt eure ehrliche Meinung schreiben. Aber achtet ein bisschen auf die Wortwahl, denn wir erinnern uns zurück. Und die letzten drei Jahre gab es einige Teilnehmer, von denen man es nicht erwartet hätte, die tatsächlich sehr, sehr gut performt haben. Ansonsten erwartet euch im nächsten Video die Location und ein paar sehr, sehr brisante und spannende Infos dazu. Also auf jeden Fall den Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Wenn ihr Seven vs. White feiert, dann gern als Support einen Daumen nach oben dalassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. So, und genau das ist es, was wir jetzt gucken. Wir gucken nämlich das zweite Video davon gleich mit. Ich persönlich glaube, wenn die Körper der Leute mitspielen, wird es sehr, sehr schwer zu checken, wer fliegt raus, wer geht freiwillig, warum auch immer. Ich glaube da, ich vertraue, ich vertraue den Stream, also dem beiden, nein, dem Streamer, also ich vertraue Hugo, Sandra und Julia extrem, dass die YouTube-Szene so weit nach oben ballern mit ihrem Können oder mit ihrem Sein. Ich vertraue ihr. Ich vertraue aber auch Joey Kelly. Also ganz im Ernst, wer sich denkt, Joey Kelly fliegt raus, dem kann ich nicht helfen. Joey Kelly könnte, keine Ahnung, der könnte da arme Beine, Füße, Kopf verlieren. Der juckt das nicht. Der wird weitermachen. Der wird einfach weitermachen. Hallo, ich bin's Fritz und es geht mal wieder, ihr habt es sicherlich schon gesehen, um das Thema Seven Rose Wild. Vorab ganz wichtige Info, in einigen Wochen geht es schon direkt los mit Staffel Nummer 4. Das Ganze findet bei unserem Partner Amazon Freeview und Prime statt und natürlich hier auf diesem YouTube-Kanal also schon mal auf jeden Fall ein Abo dalassen. So, und ja, ich möchte darauf reagieren. Ich weiß, dass viele nicht darauf reagieren wollen, weil sie Fritz als sehr problematisch ansehen und das mag auch alle in deren Meinung sein. Ich persönlich möchte aber hier einmal diese Sendung appreciaten und möchte dann darauf reagieren und auch Julia, Hugo und Sandra unterstützen in dem Fall. Ich finde Seven Rose Wild an sich eine Megasache. Wahrscheinlich werde ich aber keine First Reaction machen, aber sobald ich die einmal gesehen habe, die Episode, habe ich eh wieder alles vergessen. Das heißt, für mich ist es trotzdem First. First ohne First zu sein. Da ich meine Mutter nicht hinhalten kann. Wir werden das also erst auf Freeview gucken, wenn das soweit ist. Und dann, wenn die dann auf YouTube kommen, dann mache ich eine Reaction drauf. Versprochen, dass das so laufen wird. Und ja, ich mache jetzt hier das zweite Video mit dir und wir gucken uns die Location an und was Fritz zu erzählen hat zur Location. Und dann werde ich einen zweiten Teil davon machen, damit es nicht so viel auf einmal für dich ist. Wir haben jetzt schon fast 30 Minuten, weil ich so viel labere. Aber das macht nichts. Wir gucken uns das jetzt noch an und dann gibt es davon noch ein paar zwei und vielleicht ist bis dahin ja auch schon ein drittes, ein fünftes Video draußen. Und heute geht es um das Thema Location. Okay. Wir befinden uns, wie ihr vielleicht schon ein bisschen im Hintergrund erahnen könnt, in Neuseeland. Also in der Nähe von Australien. Wir sind einmal auf der anderen Seite der Erde. Das heißt extrem. Neuseeland ist übrigens klasse, weil es gibt weder, es gibt keine Spinnen in Neuseeland. Das weiß ich. Oder waren da Schlangen? Äh, Border Patrol. Ich glaube, es gab keine Spinnen. Border Patrol in Neuseeland. Zu viel geguckt. Frag nicht. Auf jeden Fall kein giftiges Viechkrams. In dem Fall, was Spinne ist, glaube ich, so war das. Oder Schlange. Ich bin mir... Ah, es sind Schlangen. Es gibt keine Schlangen in Neuseeland. Dankeschön. Ich wusste es. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr gut. Im Gegensatz zu Australien ist Neuseeland nämlich gar nicht so gefährlich. In Australien, das ist ja das gefährlichste Land der Welt. Und deswegen finde ich die Location cool gewählt. Ich hatte allerdings, muss ich jetzt gestehen, ich glaube mal kurz, dass Fritz meine Gedanken gelesen hat. Ich hatte Anfang des Jahres zu meiner Mutter schon gesagt, Neuseeland wäre eine geile Location. Ja, ich weiß. Vielleicht wurden meine Gedanken gelesen. Man weiß es nicht. Gedankenübertragung. Ich setze den Aluhut auf. Extrem lange Anreise. Aber, und das ist das Wichtige, verdrehte Jahreszeiten. Im Hintergrund Schnee, bedeckte Berge, es ist frisch, es ist kühl. Wir haben die letzten Jahre immer so im August rum gedreht und da war es irgendwie auf der Nordhalbkugel immer sommerlich warm. Wir haben... Ja, und in Neuseeland ist da ein Winter. Wir haben mal ein bisschen, zumindest auch in Kanada letztes Jahr mit rougherem Wetter gerechnet, aber haben gemerkt, irgendwie funktioniert das nicht so und wir müssen ein bisschen was in Kauf nehmen. Einen weiteren Weg, um wirklich mal, ja, andere Wettersituationen zu haben und genau aus diesem Grund sind wir jetzt hier. Bei der Kälte und diesen Witterungen ist natürlich die Energieabgabe eine ganz, ganz andere als in den letzten Staffeln. Da war es immer sommerlich warm, da könnte man sich auch einfach mal irgendwie hinlegen, einen kleinen Mittagsschlaf machen, einen Ruhetag und das wollen wir natürlich ein bisschen vermeiden. Wir wollen schon ein bisschen auch den Kampf mit den Elementen haben. Staffel 1 im Sommer von Schweden, Staffel 2 in Panama zur Regenzeit, Staffel 3 im kanadischen Sommer und jetzt, wie gesagt, in Neuseeland. Wir haben Herbst, beziehungsweise Ende Herbst, ja, im Übergang zum Winter. Was natürlich die Gegebenheiten deutlich, deutlich knackiger macht. Neben der Jahreszeit und Temperatur hat sich eine Sache auch extrem. Ja, aber genau das macht es ja halt so spannend, dass es eben nicht immer nur im Sommer stattfindet, also im Herbst, also im Frühling oder was auch immer, sondern dass halt auch mal so eine Wettergegebenheit ist. Und das ist dann halt auch nicht mehr ganz so einfach, ne? Also ich glaube, obwohl Hardcore-Sommer ist auch nicht einfach, ne? Wenn du so einen richtig heftigen Sommer hast, wo du dir bei 37 Grad gefühlt den Poppes wegspitzt, ist auch nicht easy peasy, um so ein Ding zu machen. Nee, aber ich bin gespannt, weil ich finde diese Ende Herbstsache sowas von spannend. Du vergisst ja ja nachts schon, der Poppes weg. Also da ist, da ist nix mit, ähm, ich kann ohne Schlafsack oder sowas. Ich bin extremst gespannt. Extremfall, also das war mir besonders wichtig und wollte ich eigentlich schon am liebsten in Staffel 3 haben. Wir sind nicht mehr auf einer Insel, wir sind an keinem großen See, wir sind auch an keinem Meer, sondern wir sind, ja, ich sag mal im Gebirge, beziehungsweise in einem Tal, wo wir rund um die Berge sehen. Also am Meer und dann bei der Kälte, Mahlzeit, ne? Also gut gewählter Platz. Und ja, durch diesen Tal ein Fluss fließt, an dem sich dann die Location, beziehungsweise die Locations befinden. Dazu muss ich jetzt aber kurz sagen, also ich lasse Fritz gleich weiterreden, es gab hier diese Leute, die wie die Wilden draufgegangen sind. Wir haben uns hier dazu auch schon ein Kritikvideo von Klängern angeguckt. Und da gab es halt tatsächlich Leute, die das direkt ans Meer gepackt haben. Also da gab es Leute, die gesagt haben, so hey, das ist auf Insel XYZ oder da und da und so. Es waren ja viele verschiedene Gerüchte im Lauf. Und das mit der Senke quasi, finde ich richtig gut, weil ich glaube, keiner hatte das auf dem Schirm. Ich bin mir nicht so 100% sicher, aber ich glaube, das war, wenn, dann nur ein, zwei Personen. Die Region, in der die Teilnehmer ausgesetzt sind, befindet sich 600 Meter über dem Meeresspiegel. Zusätzlich haben wir ein schön gemischtes Gebiet, also Freiflächen, aber auch Waldlandschaften. Wir haben einige Höhenmeter drin, aber natürlich auch die Flussaufwärts und die Flussabwärtsregion, die nicht so viele Höhenmeter beinhaltet, damit die Teilnehmer sich auch gut bewegen können. Wir sind auf einem Privatgeländer. Das heißt, Feuer machen ist kein Problem, Jagen ist kein Problem, Fallen stellen, fischen, alles Mögliche ist erlaubt und natürlich auch Bäume fällen. Das ist sehr praktisch, dass sie halt auf dem Privatgelände sind, weil wenn du irgendwo, ich sag mal, wild kämpfst, da, ich weiß nicht, ob die Neuseeländer das so geil feiern würden. Temperaturen können auf jeden Fall nachts ordentlich in den Minusbereich fallen. Das heißt, es ist mit Frost und vielleicht sogar Schnee zu rechnen. Wir werden es sehen. Regen ist auch ein Thema und vor allem, und das ist natürlich nochmal sehr speziell, gerade bei den Temperaturen, wir haben eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, 80 bis 90%, was das Ganze nochmal sehr herausfordernd macht. Das heißt, es liegt auf der Hand, wir sprechen ganz klar von der härtesten und kältesten Staffel, was die Wettergegebenheiten angeht, die wir je hatten. Boah, das heißt, die Klamotten sind klitsche, klatsche, nass manchmal, obwohl die waren ja dann im Panama, also wenn du die Panama-Staffel gesehen hast, die waren ja auch richtig nass vom Schwitzen und solche Sachen. Was uns natürlich auch extrem wichtig war, wir wollten eine große Anzahl und eine Vielfalt von möglicher tierischer Notnahrung haben, sowohl klein als auch groß. Das heißt, wir haben Vögel, wir haben Opossums, wir haben Kaninchen bzw. Hasen, wir haben Wildschweine, Hirsche und vieles mehr. Das komplette Gebiet, wie eben schon gesagt, ist ja im Privatbesitz, das heißt, dort sind auch Vereins... Das mit dem Fischen und solche Sachen, das ist ja total was für Julia als Vegetarier. Ah, ich hoffe auch, dass sie Bären haben, also nicht die Örrr, sondern die Bären halt, ne? Also, ich weiß nicht. Es sind immer wieder Jäger unterwegs und dadurch haben wir einen ganz guten Erfahrungswert, was sich da wirklich alles befindet, wie hoch die Population ist und wie hoch auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man dort etwas erlegen kann. Wir selbst waren ja auch schon beim Scouting unterwegs und haben wirklich jeden Tag und mehrfach Tiere gesehen und man findet, gefehlt wirklich alle 5 Meter irgendwelche Tracks, irgendwelche frischen Abdrücke und natürlich auch Losungen. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch einige essbare und auch giftige Pflanzen und verschiedene Pilze. Das heißt, es gibt zum Beispiel verschiedene Wurzeln, die man ausgraben kann und essen kann zum Aufkochen, Anrüsten, was auch immer. Oder auch sehr viele Hagebuttensträucher. Wenn euch generell noch Fragen zur Location einfallen, was ihr noch unbedingt wissen wollt, was ich vielleicht in dem Moment vergessen habe, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Checkt das ein bisschen durch, liked die Sachen durch, die euch auch interessieren und dann werden wir generell sowieso am Ende nochmal eine große Q&A-Session machen, um auf alle offenen Fragen der Community einzugehen. Und im nächsten Video geht es aber erstmal um den neuen Spielmodus, was wir uns da überlegt haben, denn es gibt mal wieder, wer hätte es gedacht, einige Veränderungen. Wenn ihr das alles nicht mehr fassen wollt, dann natürlich auf jeden Fall Kanal abonnieren und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Genau, und wir splitten jetzt hier auch. Das heißt, es gibt noch zwei weitere Videos und wir splitten das aber trotzdem, weil sonst ist so ein bisschen, ja, das Ding draußen, also der hat ja, ach du weißt schon, der Faden weg. Und ich finde die Location schon mal mega cool. Die Teilnehmer sind vielversprechend und spannend und generell freue ich mich halt auch auf Staffel 4, aber wir brauchen dringend ein Datum, weil ich habe da drüben dieses neugierige Monster, die das wissen möchte. Also jetzt nochmal so gesagt, das Datum wäre, damit würde ich jemandem den Tag versüßen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von Seven Wars Wild hältst und wir sehen uns dann zum zweiten Teil wieder, sehr bald. Und wenn du abonniert hast, dann weißt du genau, wann er kommt.